Ich weiß nicht, ich gehöre auch inzwischen zu etwas fortgeschritteneren Generationen. Ich weiß nicht, ob die jungen Leute noch so etwas wie Nachrichtensendungen sehen oder kennen, die dann so um 21.45 Uhr oder 22.15 Uhr sind. Inzwischen habe ich auch gelernt, dass man das ja nicht um genau diese Uhrzeit schauen muss, aber wenn ich dann mal so weit bin und das tue, ist die Gefahr, nicht immer, aber in dieser Woche war es so, sitzen zu bleiben und das Thema, das dann kommt, doch noch zu sehen. Christian Sievers am PULS hat eine Dokumentationsreihe begonnen und als kurz berichtet wurde, was Sie dort anschauen und betrachten wollen, habe ich gedacht, da musst du jetzt sitzen bleiben, das geht nicht anders. Dann wird es eben halt wieder ein bisschen später. Er begann mit dem Stau, den er täglich erlebt. und den Versuch, irgendwo eine Lücke zu finden oder eine andere Route zu finden, um zur Arbeitsstelle entspannt und gut zu kommen. Er sagte, das gelingt nicht. Er sagt, wenn man das jeden Morgen hat, man ist inzwischen nicht mehr sauer, man ist auch irgendwie nicht mehr wütend oder so, sondern es ist so eine verzweifelte Resignation. Das war der Beginn der Dokumentation. Ich denke, da kann ja was auf uns zukommen. Das erleben und erfahren wir in vielen Bereichen. Bürokratie, Föderalismus, Datenschutz, vieles von dem, was einmal als etwas Gutes, als eine gute Idee angefangen hat, bremst die Deutschen inzwischen aus. Nicht umsonst habe ich da vorne deutsche Flaggen hingehängt, weil es uns heute einmal darum geht, das zu betrachten und was das auch mit unserem Glauben zu tun hat. Ich brauche nur Folgendes zu nennen, unsere Pflege und Pflegekräfte, also die Probleme, die er auch benennt, manche habe ich hinzugefügt, die Medizin. Eltern hier wissen, wie schwierig das war in der Winterzeit, Hustensaft zu bekommen oder wichtige Medizinbestände sind aufgebraucht. Das Bauen, fragt man unseren Kirchenvorstand, wie schwierig das ist, wie viel Genehmigung es dazu braucht und wie unendlich lange das dauert. Er hat ein sehr schönes Beispiel von jemandem, der im Ausland gebaut hat und dann bei uns, da liegen Jahre dazwischen. Unsere Bahn, jetzt brauchen wir schon gar nicht viel zu sagen, weiß jeder Bescheid. Unsere Energiewende, ich habe jetzt vor kurzem mit jemandem, die eben Hausbesitzer sind und auch Vermieter, mir berichten lassen, wie das ist, wenn man eine Photovoltaikanlage aufs Haus baut, man dann die Genehmigungen nicht rechtzeitig bekommt. Und ich habe nur den letzten Satz ganz deutlich in meinem Ohr behalten, würde ich nie wieder machen. Das ist unsere Wende. Kindergärtenhilfe. Unsere vielen Eltern, die ein Recht auf einen Kindergartenplatz haben und wie viele Leute mich dann auch immer wieder angehen und sagen, können Sie nicht, kannst du nicht so schulen, da reinzugehen. Und dann als letztes, das ist ein Thema, das Sie sehr ausweiten, digital ist. Und natürlich auch, und dieser Bereich ist nicht zu vergessen, unsere Kirche. Auch da ist vieles sehr mühsam, sehr schwierig. Ein Bauherr sagt einmal, ich habe immer schon gedacht, dass die Stadt kompliziert ist in Bezug auf ihre Bauordnung und Baumaßnahmen. Das kann die Kirche noch toppen. Sowas träges, sagt er, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also bei uns geht das auch. Auch wir sind in einem solchen Zwiespalt, auch gerade in Bezug auf Kirche. Von oben heißt es, ja, ihr müsst verändern. Ihr müsst vor allem den Glauben weitergeben. Bleibt ja bloß katholisch. Und von unten heißt es, nein, alles so lassen. Bitte. So soll alles so bleiben, wie es ist. Das macht uns natürlich auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Ganze sehr mühsam. Was fehlt denn uns Deutschen? Auch vielleicht uns deutschen Christinnen und Christen oder Katholikinnen und Katholiken. Christian Sievers, und er nimmt die Dänen als Beispiel, sagt Gelassenheit. Uns fehlt in vielen Bereichen die Gelassenheit. Und die Dänen haben ein bestimmtes Wort dafür. Das haben wir wahrscheinlich nicht. Aber ich würde es eben halt so bezeichnen mit Gelassenheit. Also von daher ist die nächste Tankstelle unheimlich wichtig. Da predigt Dorothea Gersthoff über die Gelassenheit. Vor allem auch im Glauben. Wie man die erlernt. Aber das werden wir auch gleich noch ein Stück sehen. Aus dem Evangelium heraus lernen. Was ich in dieser Dokumentation gesehen habe. Es fehlt inzwischen auch an Fleiß. Wir haben glaube ich viele Leute auch, die ihren Arbeitsbereich sicher haben. Und dann Dienst nach Vorschrift machen. Wie wichtig ist Motivation. Und vor allem auch dieses Weg vom Ich, vom Egoismus. Baut überall anders, aber bitte nicht bei mir. Das kam auch in der Dokumentation sehr deutlich hervor. Und dann das Richtige tun oder auch das Richtige zu lassen. Fällt uns, glaube ich, in der heutigen Zeit immer schwerer. Es gibt ja inzwischen Sendungen, wo Irrsinn dargestellt wird, den unser Land sich leistet, eigentlich nicht leisten kann. Worum geht es im Allerletzten? Es geht mal wieder um die Einstellung, um meine Haltung. Und ich nehme euch, nehme Sie jetzt mit in die Schule Jesu. Wenn Jesus uns etwas lehrt, dann tut er das fast immer mit Bildern. Fünf Bilder heute. Fünf, das ist schon eine Herausforderung. Der Schatz, die Perle, das Netz, der Feuerofen. Wunderbares Bild in den letzten Jahrhunderten, um den Menschen Angst zu machen. Und dann als fünftes Bild der Hausherr. Ich bin davon überzeugt, dass man diese Bilder hintereinander lesen kann. Dass es eine Chronologie gibt. Das heißt, dass dahinter auch in der Aufzählung etwas steckt. Das ist nicht nur ein Beispiel. Ja, das könnte so sein oder es könnte so sein, es könnte so sein. Ich habe mir das griechische Wort einmal herausgesucht. Es ist nicht ganz fest, aber es hat die Tendenz dahin. Und wiederum ist es so und wiederum ist es so. Ein Bild an das andere, das andere miteinander verknüpft. Worum geht es also im Allerersten? Auch in Bezug auf den Glauben und in Bezug auf unser menschliches Leben. Es geht um Erfahrung. Ich habe ja immer schon gesagt, das Zitat von Rahner, wer mich kennt, hat das häufiger schon gehört. Ein Christ, eine Christin der Zukunft wird jemand sein, der etwas erlebt und erfahren hat. Das heißt, dieser Mann dort in diesem Bild findet etwas, was sein Leben verändert. Er richtet es danach aus. Er hat etwas, das ihn so begeistert, das ihn so fesselt, dass er sich darauf einrichtet. Und das ist der Grundgedanke des Glaubens. Wir nennen das Bekehrungserlebnis oder Hinwendung zu Gott. Etwas, was mich zutiefst berührt. Und ich will dann, weil es mich berührt hat, mein Leben danach ausrichten. Das geht auch im Negativen. Es ist nicht nur im Positiven. Wenn Menschen plötzlich die befreiende oder die schöne Wirkung am Anfang von Drogen erleben und erfahren und sagen, das ist chillig, da habe ich ja keine Probleme mehr, da sind ja die Sorgen plötzlich alle weg. Dann kann das auch lebensverändernd sein und die kommen dann nie wieder weg, aber es ist ein destruktiver Weg. Also am Anfang steht für Motivation, für Begeisterung, für ein Ziel, für das etwas nachfolgen, immer eine Erfahrung. Und wenn die nicht steht, wird es schwierig. Dann ist das Zweite, was dann kommt, die Priorität. Wir sehen nämlich an den Perlen. Der hat Perlen, aber er will eine ganz bestimmt. Der sucht eine raus und sagt, das ist mein Ziel, da will ich hin. Und er nimmt die Priorität und setzt alles ein, um das zu bekommen. Und wir können von vielen Zielen oder von Prioritäten, können wir sehen, ob wir eine Erfahrung gemacht haben oder nicht. Es geht ja zur Zeit bei uns darum, das wissen sicherlich inzwischen hoffentlich schon viele, wir müssen in Zukunft in Bezug auf unsere Immobilien 30 Prozent der Immobilien einsparen, damit wir gut weitermachen können. Damit wir nicht einmal nur das Dach reparieren und das war's dann. 30 Prozent ist eine Hausnummer. Und in diesem Zusammenhang bei uns geht es jetzt auch darum, dass wir uns fokussieren. Wir wollen ja neue Dinge bewegen und anregen. Geht es darum, wie machen wir das mit den Gottesdiensten? Feiern wir einfach nur so weiter, wie ich am Anfang gesagt habe, bitte nichts verändern, bis alles irgendwie tot ist? Oder setzen wir vorher schon ein Zeichen und sagen, wir müssen auch ein Stück Kehrtwende haben? Und in diesem Zusammenhang, und das habe ich schon ab und zu gehört, etwas in einer anderen Tonlage, sagte jemand, wenn ich in der Kirche nicht mehr meine Kommunion empfangen kann, dann komme ich nie mehr. Ihr Männer, ihr Frauen, 30 Jahre verheiratet oder mehr. Was wäre das denn, wenn der Ehemann den Ehefrauen morgens sagen würde, weißt du was, Schatz, wenn du mir meinen Kaffee nicht mehr kochst, dann bin ich weg. So ein Quatsch, oder? Und dann den kann man gleich in die Wüste schicken. Das heißt, von der Priorität her, da habe ich euch wieder Ideen gegeben, ich sehe das gerade schon. Nein, nein, bloß nicht. Von der Priorität her kann ich sehen, ob jemand was erfährt oder erfahren hat, ob ihn etwas begeistert oder nicht. Ob da überhaupt noch Zündstoff ist oder nicht. Und dann kommt das Dritte und das ist extremst wichtig und ich glaube, das ist auch für die Zukunft wichtig. Und ich verstehe, dass es ein Schmerz ist, durch den wir jetzt auch gehen. Ich habe mich vor 30 Jahren entschieden, dieser Kirche zu dienen und den Gemeinden zu dienen. Und wie habe ich das getan? Ich wusste schon damals, das war damals schon klar, dass die Volkskirche zusammenbricht und dass es ein schmerzhafter Prozess ist und dass wir an Punkten sein werden, an denen es wirklich wehtut. Was hilft da? Die Unterscheidung. Das heißt, im Netz werden die Dinge aussortiert. Die Fischer schmeißen die zu kleinen oder die, die man nicht brauchen kann, zurück ins Wasser, damit sie weiter wachsen können. Kann man nicht essen. Immer damit. Vielleicht das Hundefutter, aber das ist auch alles. Also, und der heilige Ignatius weist da ganz stark darauf hin, ihr müsst schauen auf diese Gabe der Unterscheidung, die jeder in euch aktivieren sollte. Wir brauchen diese inneren Gaben. Wir brauchen das, was uns zeigt, das ist gut, das ist sinnvoll und das nicht. Wir kommen gleich noch darauf, nach dem nächsten Punkt, wie das denn wachsen kann, weil das kann wachsen. Ich kann reifen. Ich kann reifer werden. Ich entscheide mich heutzutage für ganz andere Dinge. Vor 30 Jahren habe ich das anders gemacht. Manches war schief, manches war falsch. Manches war vielleicht ganz gut. Heute gehe ich mit einem ganz anderen inneren Empfinden daran. Und dann kommt ein Bild, mit dem man früher Angst gemacht hat, das aber ganz wichtig ist. Jetzt kommt dieser Feuerofen. Wenn wir das tun, wenn wir eine Erfahrung gemacht haben, wenn wir unsere Prioritäten setzen, wenn wir aussortieren im Leben, was ist gut und was ist nicht gut. Und es ist ja auch mühsam rauszufinden. Das ist ein Suchen, das ist ein Ringen. Auch gerade im gemeinschaftlichen Bereich ein gemeinsames Ringen. Weil die einen ziehen in die Richtung, die anderen in die, die einen meinen, das ist richtig. Manch einer meint, meine Meinung ist sowieso die wichtigste. Das sind ja die großen Schwierigkeiten, mit denen wir immer wieder zusammen sind. Und dann sagt Jesus, passt auf. Dieses Bild des Feuerofens ist ein Bild dafür, dass es Ungerechtigkeit immer geben wird. Außer am Ende. Da ist er weg. Da wird das Böse aussortiert und es wird nicht mehr existent sein. Das heißt, dieses Bild ist eine Aufforderung. Heutzutage in dem Leben, das ich stündlich, täglich, monatlich jetzt noch leben darf und jährlich, habe ich mit Ungerechtigkeit zu tun. Die ist nicht weg. Das Böse ist noch da. Aber dann in der Zukunft ist sie weg. Und Gott ist nicht so einer, dass er sagt, okay, also ihr wart nicht gut auf der Erde. Vom Bösen kann ich mich jederzeit abwenden. Wenn ich jetzt hier irgendetwas Böse tue und es wird mir bewusst, kann ich mich abwenden, kann sagen, ich mache es nicht weiter, es tut mir leid. Wenn ich irgendwann mal in einer Spirale des Bösen bin, wird jeder Psychologe sagen, dann ist es aber auch schwierig, da rauszukommen. Aber normalerweise kann ich mich davon abwenden. Das heißt, selbst in der letzten Ebene, die Engel passen darauf auf, da gibt es dann nichts Böses mehr. Da ist keine Ungerechtigkeit mehr. Hier müssen wir damit leben. Und wir dürfen als Christen nicht so naiv sein, zu sagen, ich lebe Gottes Willen und dann ist alles weg. Dann sause ich so durch. Schön wär's. Manchmal kommen dann, wie Jesus sagt, erste Rechtprobleme, weil das Böse das nicht will. Trotz allem bleibt also dieser Kampf mit der Ungerechtigkeit. Und warum ist dieses Bild da? Damit wir nicht mutlos werden, damit wir wissen, es gehört mit dazu. Wir rechnen vorher das mit ein. Jesus sagt, setzt euch hin wie ein Feldherr, wenn ihr über euer Leben nachdenkt und guckt, welche Mittel ihr wo einsetzt und dann agiert klug. Und darum geht es dann. Wenn wir einen solchen Lebensstil, den Jesus hier mit diesen Bildern entwirft oder andeutet, leben, lernen wir eins, Klugheit. Wir sollten im Leben eigentlich klüger und weiser werden. Gut, der klügste Gedanke ist der, dass ich weiß, wie dumm ich bin. Aber gut, das ist was anderes. Es geht aber darum, immer klüger und weiser zu werden. Denn das wächst beim christlichen Lebensstil. Die innere Klugheit, das möchte der Heilige Geist jedenfalls. Und die brauchen wir. Warum? Weil wir die brauchen, um effektiv zu sein. Weil, und jetzt kommt dieses letzte Bild vom Hausherrn, weil die Kunst ist, Altes und Neues miteinander zu verbinden. Ein Schriftgelehrter, also einer, der Ahnung hat vom Evangelium. Und ein Mann des Himmelreiches ist, also jemand, der weiß, worum es im Allerletzten geht, kann klug sortieren, alt und neu. Ich möchte enden mit dem Satz meines ersten Chefs. Es war vor 30 Jahren ja auch schon so, dass es nicht immer so einfach in Kirchen war. Und er sagte irgendwann mal, weil es auch da schon anfing, zurückzugehen, auch wenn wir große Gottesdienste hatten, sagte, ich bin Priester, bleibe Leiter und ich verlasse als Letzter das sinkende Schiff. Wenn wir effektiv sein wollen, dann würde ich das nicht akzeptieren. Das hat mich damals schon etwas demotiviert. Ich würde sagen, wenn wir klug sind, alt und neu gut miteinander verknüpfen können, dann flicken wir entweder die Löcher oder wir staugen auf ein anderes Boot. Amen. Applaus